Live in unserem Interviewstudio begrüße ich jetzt Matthias Hutter, den Vorstand des Forums Informationsfreiheit, der jahrelang für diese nun geplante Abschaffung des Amtsgeheimnisses gekämpft hat. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Hutter, wenn das Amtsgeheimnis nun tatsächlich abgeschafft wird, was würde das denn bedeuten? Was würden Sie denn dann erfahren, was Sie bis jetzt noch nicht wissen? Naja, also wir haben derzeit in Österreich eine Informationspolitik nach Gutsherrenart. Das ist für die Bürgerinnen und Bürger kaum möglich, Auskünfte oder Informationen zu bekommen. Insbesondere dann nicht, wenn es um politisch relevante oder gar brisante Informationen gehen wird. Denn die Geheimhaltungsgründe, die es derzeit gibt, erlauben der Verwaltung im Zweifelsfall die Informationen geheim zu halten. Und das heißt, die Bürgerinnen und Bürger bekommen nicht das Wissen, das sie brauchen. Der Entwurf, der jetzt vorliegt, würde eine Informationspflicht den Behörden auferlegen. Das heißt, die Behörden müssten dann Studien, Gutachten, Verträge ab gewissen Schwellenwerten automatisch im Internet veröffentlichen. Das ist positiv. Und es würde erstmals ein Recht auf Zugang zu staatlichen Dokumenten bringen. Das heißt, wir dürften nicht nur um Auskünfte bitten, um kurze Zusammenfassungen, sondern wir hätten ein Recht, die Dokumente selbst zu bekommen. Die Grüne Klubabfrau Sigrid Mauer sagt, es würden etwa auch die Empfänger all dieser sehr umfangreichen Covid-19-Hilfen durch diese Abschaffung des Amtsgeheimnisses öffentlich. Sehen Sie das auch so? Also da liegt der Teufel im Detail. Was genau aktiv veröffentlicht werden muss, das lässt sich auf Basis des Entwurfs nicht genau sagen. Es ist so, dass der Gesetzentwurf, wie er jetzt vorliegt, schon eine gesetzliche Verbesserung bringen würde. Aber es ist nicht ganz klar, ob das wirklich auch einen Kulturwandel in der Verwaltung generell hin zu mehr Transparenz bringen würde. Aber es ist klar, dass wenn es um die Verwendung von Steuergeld geht, also um die Corona-Hilfen etwa, braucht es volle Transparenz und volle Nachvollziehbarkeit. Der Opposition, also SPÖ und FPÖ, gehen die Ausnahmen zu weit. Da gibt es die Gründe der nationalen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder etwa zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen. Das klingt ja auf den ersten Blick sehr vernünftig. Warum ist das denn nicht sinnvoll? Also es ist legitim, Geheimhaltungsgründe weiterhin zu haben. Wir brauchen ja einen transparenten Staat, aber keine gläsernen Bürger. Das Problem liegt dann darin, dass in jedem Einzelfall abgewogen werden muss, würde wirklich ein Schaden entstehen. Etwa für die nationale Sicherheit oder für den Datenschutz oder für Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Und hier muss dann abgewogen werden. Was für ein Schaden würde konkret entstehen, wenn die Informationen öffentlich werden? Und gibt es aber vielleicht in dem Fall, etwa durch Korruptionsvorwürfe, ein höheres öffentliches Interesse am Zugang zur Information? Das heißt, hier muss abgewogen werden. Und das ist eine Aufgabe, die für die Behörden sehr schwierig ist. Vor allem, wenn es um politisch brisante Informationen geht. Dann wird im Zweifelsfall zurückgehalten, geheim gehalten. Und da bräuchte es, und das sieht das Gesetz eben nicht vor, eine unabhängige Stelle, eine Informationsfreiheitsbeauftragte, die hier im Streitfall zeitnah und unbürokratisch vorentscheiden könnte, wie man weiter vorgehen muss. Neu ist ein Register, in dem Verträge über 100.000 Euro mit der öffentlichen Hand veröffentlicht werden sollen. Aber kann das nicht auch Probleme bergen, wenn etwa ein Handelsunternehmen oder ein Tischler mit einem Ministerium einen Vertrag hat, da Rabatte drinnen sind, da könnten unter Umständen auch Geschäftsgeheimnisse verraten werden, die jetzt so nicht unbedingt für jeden öffentlich sein sollten? Also eigentlich ganz im Gegenteil. Wie gesagt, wir sind das letzte Land in Europa, das kein Recht auf Dokumenteneinsicht hat. Überall sonst ist das eigentlich die Regel. Und wir sehen etwa in der Slowakei, dort müssen Verträge seit vielen Jahren, Beschaffungsverträge, über 1.000 Euro im Volltext im Internet stehen, sonst sind sie gar nicht gültig. Und seit die Slowakei etwa solche Regeln eingeführt hat, bewerben sich dort viel mehr Unternehmen für öffentliche Aufträge. Das heißt, die Transparenz führt zu mehr Wettbewerb und führt auch zu einem positiven Mehrwert für die Öffentlichkeit. Wenn es im Einzelfall Geschäftsgeheimnisse gibt, die schützenswert sind, dann können beispielsweise Sätze oder Absätze geschwärzt werden. Aber das heißt nicht, dass die Öffentlichkeit nicht erfahren darf, was mit dem Steuergeld passiert. Sie haben heute auch schon wieder einen Informationsfreiheitsbeauftragten gefordert. Den gibt es nicht im neuen Gesetz. Stattdessen wird die Datenschutzbehörde diese Aufgabe ein bisschen übernehmen. Da beraten, tätig sein bei der Frage, wo kann man denn Auskunft bekommen und wo nicht. Warum ist das denn schlecht? Die Datenschutzbehörde ist eine renommierte Behörde. Braucht es doch tatsächlich wieder ein neues Amt? Das Problem dabei ist, dass die Datenschutzbehörde ein Mandat hat und das lautet Datenschutz. Und laut dem Entwurf soll die Datenschutzbehörde die Behörden beraten in Sachen Datenschutz. Das heißt, es gibt hier eine Behörde, die in puncto Geheimhaltungsgründe den Behörden hilft. Aber es gibt keine Stelle, die den Bürgerinnen und Bürgern oder Journalisten oder anderen Akteuren, die Informationen wollen, zur Seite steht. Und die auch argumentieren würde, dass es öffentliches Interesse gibt und was hier wirklich herauszugeben wäre. Das heißt, hier würde dann ein Bias entstehen für mehr Geheimhaltung. Und deswegen braucht es, wie in vielen europäischen Ländern längst guter Standard, eine unabhängige Stelle, die ja, die den Verwaltungsbehörden zur Seite steht und bei der Auslegung des Gesetzes hilft, die aber auch den Bürgerinnen und Bürgern hilft, die Informationen zu bekommen, die sie suchen, die im Streitfall eine Vorentscheidung trifft und so wirklich sicherstellen kann, dass die Geheimhaltungsgründe nicht missbräuchlich verwendet werden und vorgeschoben werden. Herr Rutter, vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank.